und mein scuff ist am start leute ist halt kein originaler jetzt von scuff gaming aber ich finde sieht optisch richtig nice aus und ja von unten sieht er so aus auch noch die monster zeichen auf den paddles drauf finde ich halt richtig geil und hier haben wir noch so ein menneschen das werde ich wahrscheinlich ab machen also den aufkleber hier werde ich ab machen und werde mir wahrscheinlich einen rein machen der dann komplett schwarz beziehungsweise grün ist und dann nur ein wheatblatt freies was leuchtet und ja aber ist auf jeden fall richtig geil und damit werden die gegner richtig krass gefickt und hier sind auch nicht die originalen thumbsticks drauf sondern nach komm fokussier doch jetzt hier müssen jetzt welche von der xbox sein soweit ich mich recht erinnere hat auf jeden fall mal so in der beschreibung drin gestanden und ja schreibt mal eure meinung in die kommentare wie ihr den findet weil ich finde den optisch richtig geil